Wie kann man das Thema Kreativität in Städten positionieren, um es insbesondere in Europa zu verorten und im Wettbewerb mit den Partnern in Asien und USA hier einen guten Job zu machen? Was wir als Collaborative-Leadership-Struktur müssen, ist, die Möglichkeiten zu arbeiten, um mit Business, mit anderen öffentlichen Sektoren zu arbeiten, um zu vollen Vorteil an diese Möglichkeiten zu nehmen. Eine Stadt, die mehr Autonomie hat, ist eine Stadt, die mehr Innovation ermöglicht wird. Wir kennen den berühmten Spruch eines Wissenschaftlers Richard Florida, die drei berühmten Tees, Toleranz, Technik und Talente, hier zusammenzubringen. Und dort haben europäische Standorte, insbesondere auch München, sehr, sehr gute Chancen, diese drei wichtigen Komponenten zu vereinen.